Kannst du dich noch an das Erste verliebt sein erinnern, Olaf? Mit dieser Heid, sowas vergisst man doch nicht. Das Erste Mal verliebt sein, das ist zwar schon eine Ewigkeit her, aber wie sollte man sowas vergessen? Auch mal Liebeskummer gehabt? Natürlich. Wer richtig liebt, hat auch mal Liebeskummer. Das bleibt nicht aus. Aber ich sag immer, umso schöner ist dann die Versöhnung. Das stimmt. Und das ist hier die Nummer 39, der Lomatscher Karnevalsclub. Die Lomatscher haben den Schlachtbuch Sportler Helau und ich grüße von dieser Stelle mal, ich nehme an, er sitzt zu Hause vorm Fernseher. Mein Freund Axel Alscher, den Präsidenten vom Lomatscher-Verein, der leider aus gesundheitlichen Gründen heute hier nicht teilnehmen kann. Und die Lomatscher sind hier mit ihrer Narrenkappe vom LCC, mit dem Prenzenpaar auf dem Wagen. Prinz Geist Erste und Prinzessin Kathleen die Zweite. Also, wie war er dieses Lomatscher? Vielen Dank.